Ternes – Architektur am Puls der Zeit Für Ternes Architekten steht der Kunde im absoluten Mittelpunkt. Kundennähe und partnerschaftliche Zusammenarbeit sind Markenzeichen dieses modernen Dienstleistungs- und Serviceunternehmens. Als Profis mit mehr als 25 Jahren Erfahrung wissen Jens Ternes und sein Team, wie viele Fragen sich ihnen rund um das Thema Bauen stellen. Daher ist die Arbeit von Ternes Architekten ganz auf individuelle Beratung ausgerichtet. Von der ersten Idee bis zum schlüsselfertigen Objekt. Ich bin Architekt im Architekturbüro Ternes. Wir arbeiten hier zusammen in einem tollen, jungen, motivierten Team. Wir bearbeiten größere Projekte im Schulbau, Kindergartenbau, auch Wohngebäude, Sanierungen in der Altstadt. Und es macht richtig Spaß, hier mitzuarbeiten. Wir sind ein gut eingespieltes Team. Wenn man wirklich jeder seine eigene Kreativität an den Tag legt und wir gemeinsam meines Erachtens unschlagbar sind. Vertrauen Sie unserem eingespielten Team aus erfahrenen und hochmotivierten Bauprofis. Unser Dienstleistungsspektrum umfasst neben Kapitalanlagen, Renditeobjekte, Umbau, Sanierungen, verschieden zersparten Gewerbeimmobilien, Wohnungsbauten. Jens Ternes denkt nicht zuletzt als Ingenieur, auch gerne einen Schritt weiter. Und widmet sich seit Jahren neben dem urbanen Stadtumbau-Themen, die unsere Zukunft prägen werden, wie Energieautarkie und energieeinsparendes Bauen. Unser energieeffizientes Bürogebäude ist ein gebauter Selbstversuch. Wir können durch eine hochwärmegedämmte Hülle, die entsprechende regenerative Haustechnik und die auf dem Dach befindliche Photovoltaikanlage mit einem Windrad eine Energieautarkie von 70 Prozent erreichen. Den Stromüberfluss speisen wir hier ins Gebäude ein, davon heizen wir und wir können mit unserer E-Tankstelle, unserer E-Mobile, unserem Fuhrpark sowie die E-Mobile unserer Kunden mit dem eigenen Strom betanken. Alle Bauprojekte werden exakt nach Kundenbedürfnissen und Bauherrenwünschen umgesetzt. Just in time. Immer im Budget. Wir arbeiten seit sieben Jahren mit dem Büro Ternes, gut und vertrauensvoll zusammen. Dabei habe ich das Büro Ternes immer als einen Partner auf Augenhöhe kennengelernt, der auf meine Belange eingegangen ist, der mich gut beraten hat, der die Termine eingehalten hat und letzten Endes auch, was wichtig ist, die Budgets eingehalten hat. Somit kann ich sagen, perfekt. Ternes. Vertrauen. Bauen. Ziele erreichen.